Was ist die Bühne? Das war kein Mann, ich glaube... Ich bin so ruhig. Ja, guten Tag! Hallo! Hallo! Witte, hier! Alles klar? Alles klar? Aber bist jetzt vorbei? Hallo, Bobby. Schön, hier zu sein. Na, ist schon gut. So, sag ich's zusammen. Herr Reichmuth, wir wissen, dass Sie nicht sentimental sind, aber trotzdem die Frage, haben Sie während dieser zwei Jahre auf Ihrer Weltreise irgendwann einmal Heimweh gehabt? Das habe ich schon einmal gehabt. Zwischendurch gab es Momente, selten, als das Auto eingebrochen wurde, der fragt sich, was ich eigentlich da mache und möchte vielleicht nach Hause. Oder einmal in Vladivostok, wo ich einen Übertrag von Bobrennen aus der Schweiz sah, habe ich gedacht, es wäre eigentlich wieder schön, in der Schweiz zu sein. Aber das sind seltene Momente. Normalerweise ist es schon so, dass ich sage, ich würde gerne weiterreisen. Was würden Sie für einen Ratschlag geben allen Brattlerinnen und Brattlern, die Ihnen nacheifern wollen und auch wollen auf eine Weltreise gehen? Ja, grundsätzlich ist es so, ich glaube, der richtige Moment von so etwas kommt nie. Man muss einfach mal sagen, jetzt gehe ich. Man kann nicht sagen, ja, vielleicht wäre es irgendwann einmal noch ein besserer Moment, das gibt es nie. Irgendwann muss man gehen und einfach sagen, okay, alles andere ist mir jetzt gleich gegangen. Können Sie uns Ihre Pläne für die Zukunft verraten? Nicht wirklich. Ich habe mir eigentlich gesagt, ich reise bis zum letzten Tag und nachher fangen wir an zu überlegen, was ich in Zukunft machen soll.